Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallgeist. Ja genau, herzlich willkommen zu Fallgeist, zweite Folge Season 3. Wir haben in der letzten Folge erfahren, dass das eine Map ziemlich beschissen ist. Aber deswegen gehen wir trotzdem rein. Ich habe mir natürlich meinen Level 200 Skin angezogen. Also Dabi hat keinen einzigen Reifen mitgenommen, falls man deswegen der Lautstärke gerade wieder nicht verstanden hat. Ey, so ein Scheiß, diese grüne Kacke, man weiß gar nicht. Das ist die grüne Kacke. Du bist grüne Kacke. Ja, cool. Ey, Mann, das ist doch ein Drecks. Game. Junge. Oh, das war so glücklich. Also wirklich, wie kann man da so viel Glück in seinem Leben haben? Also immer grün nehmen, da gibt es die goldenen. Hier ist... Okay. Ich habe 15. Ach, scheiße. Ich habe auch nicht geschafft. So, ein Drecks. Also wirklich, diese grüne Fahrt da oben. Sorry. Ja, scheiße, den habe ich nicht bekommen. Den habe ich aber bekommen. Die neue Mechanik mit dem Rutschen ist gar nicht so schlecht. Finde ich gut. So, hast du es geschafft. Ich habe es gesehen. Ich habe es auch geschafft. Ich glaube, ich habe es gecheckt. Man muss so spät wie möglich abspringen. Also man muss wirklich gucken, dass man... Okay, 30. Das ist früher als ich. Was soll das denn? Ich bin halt das erste Mal von oben lang gekommen. Ja, habe ich ja auch geschafft. Ach so, das erste Mal. Ja, ja, habe ich nicht. Aber ja, wir sind qualifiziert. Also Season 3 wird es hoffentlich krankheitmäßig mehr Videos geben als letztes Season. Da gab es nämlich kein einziges. Also zu jedem Event ein Video. Zwischendurch zu einem Skin, den ihr euch wünscht, mal ein Video. Wenn es gerade einen Skin im Shop gibt, sagt doch, kauft ihr den und dann macht ein Video. Und dann sage ich vielleicht ja oder vielleicht nein. Und das scheint die einzige Runde, zwei Runde zu sein, die es gibt. Weil bisher hatten wir die immer. Also wirklich, das ist so eine Drecks-Map. Also wirklich. Das ist ja wirklich total dumm. Ah, ich habe mir noch einen Eingeschlacht. Also ich will mal gucken, was das Internet sagt zu dieser Map die nächsten Tage. Warum? Naja, ob die Leute sagen, das ist auch scheiße oder ob die Leute die Map gut finden. Das würde ich nämlich gerne mal wissen. Ey, los, steh auf. Steh auf. Wer war es nicht? Ja, der ist es. Wir schauen mal, wo die anderen lang gehen und ob sie respawnen. Ja, die respawnen hier. Er respawned. Der Ninja respawned. Die sind nicht respawned. Da geht's lang. Okay, schauen wir uns mal den kleinen. Aber nicht runterfliegen. Ey! Das ist so scheiße. Da sind X's denn hin. Ey, 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 ey. Der hat mich auch unseren... X, 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 X. Ja, überall X. Ja, das hat also nichts zu sagen. Ich dachte nicht. Ich bin hab's wieder ganz hinten. Ja? Ja. Bei dem Gelb? Ja. Schade, schade. Ich geh ganz hinten her. Was? Nee, ich bin ganz beim Anfangen. Oh, das war das Ziel. Das war ganz weird. Ich hab's nicht verstanden. Welches? Die Map. Das sind immer noch dieselben Maps. Am Anfang hat das sich immer geändert. Am Anfang gab's zwei Unterschiede. Hier gab's die Renn-Map und die Überleben-Map mit den Reifen. Ja, aber... Die haben sich jetzt nicht geändert. Es gibt ja auch nur sechs Maps, glaub ich, in dieser Season. Deswegen gibt's noch nicht so viel Auswahl. So, das ist der Knallball. Boah. Schlecht. Hier, tschuldig. Hier oben. Da ist jemand runtergefallen. Let's go. Also, die Map ist cool, wenn da wieder mal hinkommt. Irgendwann. Man muss wirklich auf Griefer aufpassen. Das ist... Erso, springe nicht auf die gemusterten Kacheln, um keine Krakenarme anzulocken. Fall nicht ins Wasser. Okay. Also, immer schön auf den normalen Feldern bleiben. Ich hoffe, dass wir sehen die anderen Spieler alle auch so. Aber nee, die ersten springen schon munter hier rum. Dann hast du doch eine viel bessere Taktik hier mal... Auf Rot, auf der auf Rot. Warum? Nein, auf der... Auf das genau, auf das. Okay, die Plattform dann kippt schon. Da ist der Kragen. Oh Gott. Hier ist so ein Drecksarm. Nein. Gott. Oh Gott. Digga. Was ist das denn? Geil, Digga. Oh nee, Digga. Das ist doch scheiße. Das ist vielleicht alles nicht gut. Also, mich holt's nicht ab. Bin ich ehrlich. Das ist nicht cool. Darf ich dich ein? Was? Darf ich dich abholen? Nee, danke. Du hast gesagt, ich holt's nicht. Ja gut. Ich hab hier meinen zweiten Banner gesammelt. Schauen wir uns mal ganz kurz hier. Schaut euch das an. Wie geil. Aber ja. Nimm mal ein Rennen und meine billigen Show. Teil und so weiter und so fort. Ja genau. Das war's mit der Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal.